Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Im Laufe der Aufnahme wird uns einer... ...wird mit einer uns sprechen. Wir machen so, als würden wir hier nicht aufnehmen. Damit ihr das nicht merkt. Nur schon mal so vorgefahren, bevor ich wieder... ...bevor er denkt, was ist jetzt los? Seht ihr das dann gleich? Oder wisst ihr das dann gleich? So meine ich das. Das war geschickt... ...ääh... ...ausgewichen. Ja. Unsere Korte haben wir jetzt noch nicht geschlagen. Aber zumindest wissen wir ja jetzt, wo wir runtergehen müssen. Ja. Ja, kurze Schwarzblende. Kurz zurück. Und jetzt können wir hier... ...den College... Ich will mal gerade was gucken. Hier in der Ausrüstung... ...ob der eine Helm besser ist. Nee. Hm. ...das D... ...das C... ...und der hier ist... ...uch D. Oh, nehmen wir den mal. Dann sehen wir wenigstens so... ...schon fast voll ausgerüstet aus. Das fehlen nur noch die... ...Stulpen. Aber die kann man uns vielleicht bald mal holen. ...dann wir nicht so... ...unsparsam... ...mit den Sachen umgehen. Ja. Ich meine, so geht's natürlich auch, ne. Entweder kommen sie jetzt zu uns runter. Kann uns erst mal keine Angriff... ...wenigstens erst mal, ne. Ich nehm immer den Mund zu voll. Nicht immer, aber immer öfters. Ja. Man sollte immer gucken, wo man hingeht. Sonst passiert das. Auch im echten Leben passiert das manchmal. Mal kurz... ...kurz weg hier vom Keyboard... ...RFK und so. Das benutzt heute keiner mehr. ...kann... ...so... 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 ...und da sind wir schon wieder. ... Ach, wer steht denn... ...ach, wer steht denn da? So, jetzt aber hier mit voll Karacho, bitte. Ah, ich bin gerade was am ausprobieren. Ja. Nehmen wir das mal. Ja, stell dich in die Warnbombe rein. Das macht echt Sinn. Ja. Tut mich furchtbar leid, aber das ist jetzt so. Noch einen schnellen kleinen Gesundheitstrank. Oh. Oh. Ich hab gedacht, der wäre tot gewesen. Drecksvogel hier. Der schüttet das so zwischen die Zwischen die Ritzen da vom Helm. Ja, ist die Uhr hier. Ich hätte da so erbrennende Idee, die wir machen können. Ne, falsch. Ins Inventar. Die hier. Dann holen wir uns mal schnell ein paar Bolzen und dann knallen wir die vom Weiten ab. Die hinterlistigen Arschge... Ja, ist gut. Ich habe nichts mehr. Bei der kann man ja uns keine Pfeile kaufen. Das müssen wir bei dem Schmied machen in Majula. Genau, da wollen wir hin jetzt. Und gucken wir mal, was wir da so... Naja. Wie viele Pfeile wir da so bekommen. Wir brauchen ja Bolzen, keine Pfeile. Ja, sorry. Was sind Holzbolzen? Aus dem Holz wird ich den Besitz 20, weh? Nein, ist das. Ich wäre dabei, wenn Sie die Nachkunden wiederholen würden. Ja. Das war's. Goddann. Ich wäre dabei. Ich wäre bei dir, wenn Sie mal wiederholen. Ich wäre da, wenn Sie sagen, was. Nein, ich wäre. Ich wäre da ein bisschen besser. Und ich wäre da, wie wäre ich. Wir wären da. Ich wäre zum Beispiel. Untertitelung. BR 2018 Haben wir nicht gerade Bolzen gekauft? Also, jetzt langsam werde ich aber... Ach so. Ah. So, wilder Papa, das. So, jetzt laufen wir mal schnell wieder zurück. Und jetzt knallen wir die dreckigen Hunde wieder ab. Und jetzt knallen wir den einen da ab. Ständig mit den Feuerbomben. Und es vom Himmel holen. Und... Oh. Und da fällt er schon. Der dreckige Arsch. Ich weiß nicht, was das Pimmen soll, aber... Und dann macht das Pim halt Pim. Jetzt wechseln wir mal schnell wieder zum Schild. Weil so viele Fälle sollte man auch nicht verbrauchen unbedingt. Oh, der ist schon weggespawnt. Naja, ist egal. Ich weiß nicht, was wir hier sind. 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 Schurke. Ihr seht mich nicht. Ich bin total unsichtbar. Ich verstehe das nicht. Wieso kann man die nicht anwesend? Hätten wir uns doch mal einen Bogen... Hätten wir uns doch mal einen Bogen kaufen. Oh, blödi. Oh, blödi. Du blödi, Sau. Warte mal. Oh, du... Hätten wir uns noch einmal zurückgerollt. Der guckt uns so an. Hey, wollt ihr was von mir? So, mitten in die Kamera? So, mitten in die Kamera? Hallo. 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 Wollt ihr was von mir? Hey. Hey. Oh, der wird jetzt hier gratis abgeknallt. 90 Seelen sind immer fein. So sollte das sein. Geht. Hey. 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 Das war's. Da ist jetzt ein bisschen... Es ist ein bisschen... Äh, ein bisschen... Kommt er nicht mehr? Wenn ich kletter, dann mal schnell runter, wenn er kommt. Dann kann man so mal in der Ecke fahren. Vielleicht war das auch ein Extra-Extra-Bass. Keine Ahnung. Ich nix wissen. Ach, mein Popo. So. So geht's auch. Blöde Sau. So, ey. Blöde Sau, ey. Ja, komm. Ein bisschen schneller hier. Aber nur so ein bisschen. Mann, oh, Mann, oh, ey. Der kann mich jetzt mal im Arsch lecken mit seinen Brandpumpen. Was soll das denn jetzt? Das ist mir. Dann können wir mal. Das ist mir.